Ready when you are. Loser gehen beim HSV und Ruhe gegen Nervosität. Diese und viele weitere Themen besprechen wir im 29. Community Talk. Wollen wir den nochmal machen? Aber das ist ja ganz witzig gewesen. Der Community Talk. Alter, wie redest du? Was ist das? Hallo, ich bin's, der Yannick. Mal mal frei sein, aber da waren wir diese... Der Community Talk. Cool. Los, komm. Loser gehen beim HSV und Ruhe gegen Nervosität. Diese und viele weitere Themen besprechen wir im Community Talk Nummer 29. Besser? Auf jeden Fall. Geil. Moin, moin und herzlich willkommen zu einem brandneuen Community Talk. Bei mir sitzt wie immer Markus Scholle-Stolz. Schönen guten Tag. Na, moin. Bevor wir mit den Top-Kommentaren und Fragen der Woche starten, wollen wir noch kurz unsere Gewinner der Woche küren. Und zwar die in der Rauten-Pedle-Challenge. Scholle, wir sind es nicht. Boah, aber wir waren nicht so schlecht. Wir waren nah dran. Wir haben glaube ich von vier platzierten Werten, da haben wir zwei gewonnen. Sind auf Platz 5, aber darum soll es nicht gehen. Auf Platz 1 und damit Gewinner von HSV-Tickets ist Nakamura. Auf Platz 2, Luis 2000. Der gewinnte ein Trikot. Und auf Platz 3, der Jaspinator gewinnt einen 50-Euro-Gutschein bei unserem Partner Lust auf Griechenland, ein Restaurant-Gutschein. Die neue Challenge läuft schon seit Montag. Ihr könnt wieder dabei sein, wie das alles funktioniert. Erklärvideo hier oben verlinkt. Und ansonsten, ja. 28 Punkte fehlt mir uns noch. Zum Restaurant-Gutschein, oder? Zum Restaurant-Gutschein, ja. Wenn wir was gewinnen wollen. Dafür sind wir angetreten. Das ist doch eigentlich das, was hier ist. So ehrlich muss man sein. Wir können ja gar nicht gewinnen. Wir wollen das ja auch gar nicht. Diesen Sonntag, letztes Spiel der Hinrunde. Die Hinrunde ist... In Sandhausen. In Sandhausen, genau. Schöne Reise. Bei uns wieder auf der Auswärts-Couch. Aber auf jeden Fall eine nette Reise. Das können wir schon mal sagen. Die Fans haben ja sich gegenseitig jetzt immer nette Events veranstaltet. Und diesmal geht es auf den Neckar, wenn ich das richtig verstanden habe. Wird eine Bootstorff im Neckar stattfinden. Und ja, finde ich echt gut. Gehört sich so, finde ich. Finde ich auch gut. Und auch wir wollen ein Event veranstalten. Wir wollen nämlich den großen Rautenperle... Hast du die Überleitung gemerkt? Hast du richtig gut gemacht. Krass. Den großen Rautenperle-Hintenrunden-Rückblick starten. Und zwar mit euch. Und dazu brauchen wir euch. Wir würden nämlich gerne euren Moment der Hinrunde erfahren. Den könnt ihr uns per Video schicken, per WhatsApp. Ganz, ganz einfach an diese Nummer, die jetzt eingeblendet ist hier unter mir. Schickt uns einfach euren Moment der Hinrunde per Video bei WhatsApp. Und der beste Moment, der beste Video-Einsender darf dann mit uns nächste Woche hier sitzen. Ob das jetzt ein Gewinn ist, weiß ich auch gar nicht. Ich würde sagen, nun waren sie doch nicht noch vor. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, der Gewinner darf mit uns den Rautenperle-Hintenrunden-Rückblick passieren lassen. Und mit uns hier sitzen und fachsimpeln. Genau. Genau. Oder man hätte einfach sagen können, der Gewinner mit dem besten Video, den laden wir herzlich ein, zu uns in die Sendung zu kommen. Und mit uns über die Hinrunde zu parlieren. Parlieren. Ja, parlieren habe ich gestern ein paar Mal gelesen. Warum auch immer. Es gibt dann so Worte, die verfolgen dann so ein bisschen. Und das hat mich gestern verfolgt. Aber gut. Ich finde gut, dass wir diese Woche Zeit sparen, ohne dass wir jetzt nicht wetten. Genau. Wir machen einfach, wir sammeln einfach irgendeinen Blödsinn. Wie immer. Die ganze Zeit dabei. Und das lassen wir jetzt einfach mal sein. Wir fangen an. Mit Knorpelschaden. Ja. Das ist der Name eines Users, der einen Top-Kommentar verfasst hat. So ist es. Richtig. Genau. Der steigt ein. Das war nach dem letzten Spiel unseres HSV. Der erste Satz ist, wieder sind wir das Gespött der Liga, weil uns unsere Arroganz um die Ohren fliegt. Und dann folgt eine ganz, ganz lange Abrechnung. Er versteht Hecking nicht, warum er zur Pause nicht bereits wechselt. Hanfert auch völlig von der Rolle. Kinsomi hätte seiner Meinung nach viel früher kommen müssen. Das ist alles absehbar gewesen für ihn. Naja. These ist, zur Winterpause muss leider auf mehreren Positionen, er sagt Außenverteidiger, Mittelschirm, Außenschirmer nachgebessert werden. Sonst wird es nichts mit dem Aufstieg. Ja. Da ist so der ganze Frust nach so einem Spiel einmal mit drin. Behaupte ich mal, vielleicht ist das einen Tag später schon wieder etwas besonderer gewesen. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Auf jeden Fall ist da natürlich auch sehr viel Emotion, die nicht unbedingt sachlich ist. Also das ganze Wochenende ist versaut, shit, tief gefrustet. Man versteht es ja auch. Man versteht es ja. Also insofern wissen wir mal ungefähr, in welcher Stimmung Knorpelschaden in dem Moment war. Ich glaube nicht, dass der HSV auf den Außenbahnen noch einen Stürmer suchen muss. Ich glaube, dass der da eigentlich ganz vernünftig aufgestellt ist. Ich glaube, dass man im Zentrum schon gucken sollte, weil man dort mit Harnik und Hinterseer nur zwei Stürmer hat, die natürlich, wenn sie dann ausfallen oder wenn Harnik auf der Außenbahn gebraucht wird und Hinterseer nicht dabei ist, dann hat man ein Problem. Das haben wir zuletzt ja in der Liga mitbekommen. Insofern, da bin ich dabei. Da sollte man tatsächlich nochmal was nachbessern. Dazu sind noch einige Tipps dabei. Zum Beispiel hier mehr Individualtraining mit Narei und Jadra zum Beispiel Ballernahme-Pass- und Flankenspiel. Weiß ich jetzt nicht. In Verteidigung, das Kopfballspiel. Ja, aber es sind Themen, die natürlich, die gehören in jede Trainingsanheit eigentlich automatisch mit rein, dass man das übt. Das Kopfballspiel, das hatten wir ja beim HSV, das ist halt einfach ein Problem. Solange ein Everton noch nicht dabei ist, können wir auch nicht sagen, ob es mit ihm besser wird. Also insofern muss man da tatsächlich sagen, deswegen habe ich auch die Innenverteidigung mit in den Block genommen vorgestern und habe dort dann auch geschrieben, dass man das unbedingt mit beachten muss. Denn es ist ein Problem. So viele Kopfballtore, das ist ein Problem, gerade in Zeiten, wo Standards immer wieder enge Spiele entscheiden. Und beim HSV sind es leider wieder sehr enge Spiele, da der Gegner sich jetzt besser auf den HSV eingestellt hat, sehr tief steht. Der HSV Probleme hat, die Innenverteidigung oder die Verteidigung zu knacken. Also man braucht diese Möglichkeit, auch selbst vorne mit hohen Bällen Tore zu machen, genauso wie man sie natürlich hinten auch gut verteidigen können muss. Und da ist ein Problem beim HSV. Insofern bin ich in dem Punkt bei Knorpelschaden, beim Rest bin ich etwas weniger erschüttert. Er stellt hier noch eine ganz interessante These auch zu mir, oder er fragt das vielmehr, er sagt, oder trägt der Verein tatsächlich ein Loser-Gen in sich, das sich in den späten 80er Jahren eingeschlichen hat? Da war ich noch nicht ganz geboren, Scholle. Ja, ich war da schon da, ich war da sogar schon im Stadion, ehrlich gesagt. Also in den späten 80ern sowieso. Aber dieses Loser-Gen, was man so bezeichnet, das ist ja meistens... Er sagt, die wichtigen Spiele gehen oft verloren, gelegentliche Ausnahmen beschädigen die Regel. Ach, es gab zwischendurch ja durchaus auch Phasen, wo der HSV dann wichtige Spiele gewonnen hat und in die Champions League eingezogen ist oder am letzten Spieltag mit einem Absatztor von Trochowski noch die Europa League erreicht hat. Also es gab durchaus andere Phasen zwischendurch schon. Und aktuell ist man natürlich als Zweitligist an einem Punkt, den man eigentlich nie erreichen wollte. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es sowas gibt wie ein Loser-Gen. Ich glaube einfach, dass es so generelle Stimmungen gibt. Und diese Stimmung, um die aufzubrechen, ist ja ein Dieter-Hacking gekommen. Eine Routine-Stimmung, ne? Genau, dass man einfach jemanden hat, der eine gewisse Souveränität ausstrahlt. Diese Souveränität fehlt in den letzten Jahren durchaus, häufiger mal. Da bin ich dann, wenn man das mit einem Loser-Gen gleichsetzen möchte, okay. Okay, ich glaube, dass man da gerade auf dem Weg ist in die richtige Richtung wieder und dass sich das aus diesem möglichen Aufstieg, der ja noch da ist, oder die Möglichkeit ist ja da, dass sich daraus dann auch das Gegenteil wieder entwickeln kann, dass der HSV wieder in positive Gedanken kommt oder auf positive Gedanken kommt und sich das Loser-Gen in ein Winner-Gen, aber sowas gibt es nicht. Aber auf jeden Fall, dass die Stimmung sich ein wenig dreht und ich glaube, dann ist auch dieser Gedanke von Knobbeschaden nicht mehr so aktuell. Dann machen wir weiter mit den Gedanken von Hamburg 1961, der zweite Top-Kommentar in dieser Woche. Er sagt, was ich übrigens sehr gut finde, der Trainer wird von mir bestimmt nicht in Frage gestellt. Das ist ja auch wirklich Wahnsinn, dass wir jetzt schon wieder so etwas wie eine aufkeimende Trainer-Diskussion haben. Ich habe es ja auch thematisiert, aber es ist ja nicht so, dass der Trainer jetzt öffentlich diskutiert wird, sondern es ist ja nur in den Foren. Nein, nein, aber es gibt schon Foren, die gleich sagen, genau, wie du sagst, die Foren, die User, die Fans sagen, ey, was passiert da gerade? Genau, der Hacking hat schlecht gewechselt. Hier vor haben wir ja auch bei Knobbeschaden haben wir auch einige Punkte, die an Hacking ausgesetzt werden. Das geht zu schnell. Ja, selbstverständlich. Der HSV hat natürlich zwei Spiele nicht gewonnen in Folge oder zwei Spiele in Folge verloren, hat davor auswärts jetzt insgesamt schon sechsmal nicht gewonnen. Jetzt hat man noch zwei Auswärtsspiele. Also man kann es natürlich negativ zeichnen. Durchaus ist die Tendenz auch im Moment nicht positiv gewesen von den Ergebnissen. Insofern muss der HSV sich bessern, aber, und das gehört einfach dazu, und das ist halt einfach etwas, was hier in Hamburg immer wieder fehlt, man muss einfach mal eine Brücke über so ein Tal schlagen und sagen, Leute, da gehen wir jetzt einfach mal durch. Das ist so, aber wir sind nicht aufgeregt deswegen. Der HSV ist auf dem Tabellenplatz zwei, zwar punktgleich mit Stuttgart und das ist alles eng, aber das wird es auch noch eine ganze Weile bleiben. Also wer hat denn gedacht, dass der HSV hier einfach durchmarschiert? Das hat doch auch niemand erwartet. Natürlich hat man am Anfang sehr gut gespielt, sehr souverän gespielt. Vielleicht das, was Bolte auch sagt, hat man da seine Ansprüche selbst ein wenig zu hoch gesetzt. Glaube ich allerdings auch nicht. Also insofern auch wieder streichen bitte. Also ich glaube einfach, dass der HSV die Möglichkeiten hat, diese Liga am Ende als Aufsteiger zu verlassen. Wie siehst du denn die These von Hamburg 1961? Es sind nicht die zwei Niederlagen, sondern die Spiele seit der Pokalniederlage gegen Stuttgart. In den Spielen hatten wir viel Glück. Sieg in der Nachspielzeit, glückliche Unentschieden. Wenn man das nicht anspricht, könnte es einen negativen Strudel geben, der sich nicht mehr aufhalten lässt. Alles richtig, wenn man das nicht anspricht. Aber 100 Prozent, ich glaube mir einfach, es wird angesprochen intern und extern ja auch übrigens von euch. Ihr macht das ja selbst. Also insofern, Entschuldigung, mein Hals ist noch ein bisschen trocken. Alles gut. Es wird ja angesprochen und es wird auch intern behandelt. Es wird auch trainiert. Es wird vor allem auch immer wieder enge Räume werden trainiert. Und genau das ist ja das, was auf den HSV den Rest der Saison warten wird. Deswegen muss man einfach jetzt schon so eine gewisse Toleranz aufbauen, weil es wird noch viele Spiele geben in der Saison bis zum Saisonende, die genauso laufen wie die letzten Spiele, wo es eng bleibt bis zum Schluss, weil der Gegner einfach sich tief reinstellt, weil er gut verteidigt. Ich meine, das sind auch alles Mannschaften, die können Fußball spielen. Gerade Zweitligisten sind dann auch oftmals noch sehr kampfstark und laufstark. Und da muss man einfach mal durch. Das ist so. Und ich glaube nicht, dass der HSV nicht die Mittel hat, wenn man irgendwo qualitative Probleme hat, wenn man die Mittel nicht hat, um enge Spiele zu entscheiden. Die hat man mit einem Sonny Kittel alleine schon, hat man einen Spieler, der aus jedem Standard, was gefährlich ist, zaubern kann. Man hat mit einem Hinterseher jemanden, der schon jahrelang bewiesen hat, dass er in der zweiten Liga immer zweistellig Tore macht. Da fehlen natürlich noch ein paar, aber die kann er jetzt in der Rückrunde nachholen. Also insofern, es gibt genug, genügend Möglichkeiten. Da ist die beste Abwehr der Liga von den Gegentoren her. Also man hat genügend Mittel, um das Ganze zu schaffen. Man hat einen Trainer, der eine hohe Souveränität ausstrahlt, der ein hohes Maß an Erfahrung mitbringt. Insofern muss man hier einfach einmal ein bisschen ruhiger bleiben. Natürlich ärgert es einen, wenn man ein Spiel verliert, gegen Osnabrück, gegen Heidenheim. Wenn man zwei verliert, ist man richtig sauber, siehe Knorpelschaden. Also natürlich, das ist auch alles okay. Das gehört dann beim Fußball als Fan ja auch dazu. Ich glaube nur, dass die Mannschaft oder der HSV an sich schlecht beraten wäre, wenn er so emotional reagieren würde, wie einige Fans natürlich in dem Fall. Deswegen sind es ja auch zwei verschiedene Positionen. Einmal die Fans und einmal die, die es entscheiden am Ende. Ich glaube, die Entscheidungsträger sind ruhig und das ist gut so. Ja, die Ruhe schlägt die Nervosität an den entscheidenden Stellen. Ja, und das muss auch bleiben. Das ist das Wichtigste. Ruhe bewahren bedeutet ja auch nicht, dass man nichts macht. Also im Gegenteil, man kann ruhig sein, man kann ruhig analysieren. Ich erinnere dich an die Überschrift von dir in den letzten Tagen. Ja, ist auch so. Man sagt, Ruhe bewahren und trotzdem handeln. Genau, Ruhe bewahren bedeutet nicht, dass man nichts tut. Und man muss einfach nur ruhig analysieren und erkennen, was fehlt. Und diese Fehler muss man ausmerzen. Und wenn das stimmt, was mir erzählt wird von den Verantwortungsträgern beim HSV, dann ist man genau da dabei und wird auch im Winter gucken, wo man sich dann personell nochmal ein wenig verändert. Oh, da haben wir auch viele Fragen zu bekommen. Ja, okay, dann will ich da nicht vorgreifen. Dann warten wir da mal. Dann bedanken wir uns für die beiden Top-Kommentare der Woche. Vielen Dank fürs fleißige Kommentieren. Und wir machen weiter mit euren Community-Fragen von YouTube und Instagram. Wir starten mit euren Fragen der Woche und starten mit den YouTube-Fragen. Und da ist Enrico Jegler jemand, der wissen möchte, was haltet ihr von einer Doppelspitze für mehr Torgefahr gegen Sandhausen? Zum Beispiel Harnik und Hinterseer. Hat mir im letzten Spiel am Anfang ganz gut gefallen, dass die beiden zusammen davon... Doch, es wurde auf jeden Fall... Es gab die Möglichkeit, dann nochmal mit langen Bällen vorne rein, einfach ein bisschen Gefahr zu erzeugen. Also auch mit einfachen Mitteln Gefahr zu erzeugen. Halte ich nicht wenig von. Also ich glaube, dass das funktionieren kann. Man hat auf den Außenbahnen dann auch mit Jatta jemanden, der viel mit nach hinten arbeitet. Also man muss da keine Doppelsechs haben. Man hat mit Dudziak und Fein zwei Spieler im Zentrum, die das ganz gut im Griff haben. Auf der anderen Seite wäre dann Kittel. Also ich glaube, da ist Kreativität und Absicherung ist da im ganz guten Maß vorhanden. Auf dem Platz, Sandhausen, wird sich nicht nur hinten reinstellen. Davon kann man mal ausgehen. Insofern wäre das jetzt vielleicht nicht das erste Spiel, wo man es macht, aber es ist zumindest den Versuch wert. Das ist eine Option. Dann haben wir den Kollegen Jannis Heller, der so langsam echt Angst bekommt, dass wir nicht aussteigen. Und dann wirft da auch noch ein paar Namen rein. Neues Personal in der Offensive. Man nimmt solche Namen wie Uth, Marc Uth, Matondo, Glatze, am Ende vielleicht sogar ein Max Meier. Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten für diese Namen? Die Wahrscheinlichkeiten kann man gar nicht bemessen, weil es da einfach noch nicht realistisch oder überhaupt noch nicht seriös darüber zu sprechen, wenn man nicht einen Namen vom HSV bestätigt bekommen hat. Und das ist beim HSV derzeit so. Man ist ruhig. Man hat noch keine Namen bestätigt. Man wird sich vorne umsehen, das ist klar. Vorne in der Sturmspitze und vor allem natürlich dann auch hinten rechts. So, und ich bin mir sicher, dass man da für beide Positionen was findet. Dann lass uns warten wir mal mit Daniel Knoop, der Effekt-Hacking. Die Namen übrigens, Entschuldigung, die Namen, die genannt wurden, das sind durchaus interessante Namen. Also ein Uth für die zweite Liga finde ich sehr interessant. Ich fand ihn in der ersten Liga eine Weile überbewertet, ehrlich gesagt. Und er wird wahrscheinlich dann jetzt auch vom Gehalt her sehr teuer sein. Er ist ja auf Schalke jetzt im Moment. Und ist er auf Schalke? Ich glaube, ja. Er spielt aber auch schon lange nicht mehr. Also insofern muss man da mal abwarten, wie fit denn diese Spieler sind. Es sind auf jeden Fall Max Meier. War beim HSV schon mal im Gespräch. Hat auch bewiesen, dass er ein guter Fußballer sein kann. Also ist aber jetzt keine Spitze. Insofern ist er eher eine hängende Spitze oder ein Zehner. Daniel Knobel. Der Effekt-Hacking verbrennt langsam in der Atmosphäre des Planeten Hamburger SV. Sehr schöner Satz. Langsam werden Medien und Fans wieder ungeduldig. Wie lange geht die Situation noch gut? Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden? Und würde es eventuell helfen, personell nachzulegen? Ihr merkt schon, die Fragen doppeln sich in sich. Wir wollen versuchen, jedem hier die Chance zu geben, eine Frage zu stellen. Aber siehst du, dass der Effekt-Hacking langsam verbrennt, Scholle? In der Atmosphäre des Planeten Hamburger SV. Nein, auch das nicht. Man kann es natürlich noch hunderttausend Mal sagen, dann verbrennt er vielleicht wirklich irgendwann ohne. Das ist überhaupt nötig. Aber nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Hecking selbst ist ganz ruhig. Der macht sein Ding da weiter beim HSV. Und ich glaube, dass es in der Phase, wo es dann wieder ein, zwei Siege geben wird, wird das Ganze wieder aufleben. Und dann werden wieder alle sagen, Hecking ist der Beste und Tollste und Größte. Also hier ist das Schwarz-Weiß leider immer sehr schnell. Rainer Boddin. Hallo Rautenpelle-Team. Wem traut ihr außer Stuttgart und Bielefeld noch zu, um den Aufstieg mitzuspielen? Also ich glaube, Heidenheim spielt eine sehr solide Saison wieder mal. Und kommt aus einer sehr soliden Saison. Also die haben Sicherheit. Die haben das Zeug, da oben dran zu bleiben. Ich glaube, bei Aue wird es eher eng. Ich glaube, dass Aue in der Rückrunde ein paar mehr Probleme kriegen wird. Das ist so dieses Auf. Und dann geht es aber auch in der Rückrunde ein bisschen wieder runter. Ich bin mir bei Bielefeld noch gar nicht so sicher, ob die bis zum Ende da oben dran bleiben werden, ehrlich gesagt. Aber Bielefeld hat natürlich alle Mal das Toll. Stuttgart sowieso, HSV. HSV wäre noch zu nennen, natürlich. Ja, ich glaube, das hat Rainer Boddin mal vorausgesetzt. Insofern glaube ich, Stuttgart, Bielefeld, Heidenheim, der HSV. Ja, und dann hat sich das, glaube ich, sogar schon fürs Erste. Henni V. Moin Moin, ist Zusa nun eigentlich die ganze Zeit bei den Profis dabei? Wie zwischenzeitlich angedacht? Und wenn ja, was macht er für einen Eindruck? Leider nicht, Henni. Also ich hätte Fabian Zusa sehr, sehr gern länger dabei behalten. Aber er ist leider aktuell nicht bei den Profis im Training dabei. Was ich sehr schade finde. Ich habe ihn besser gesehen offensichtlich als das Trainerteam. Das Trainerteam scheint derzeit auf ihn verzichten zu können und zu wollen. Also nein, er ist leider nicht mehr dabei. Und das finde ich sehr schade, ehrlich gesagt. Letzte Frage von YouTube von Gaius Julius. Er schreibt, Liebes Team der Rautenperle, was empfindet ihr bei einem Tor bzw. Gegentor des HSV? Beim Tor grenzenlose Liebe, beim Gegentor grenzenlosen Hass. Nein, Herr Merns. Sehr unterschiedlich. Also ich freue mich grundsätzlich natürlich, wenn der HSV gewinnt. Das ist klar. Und dazu zählen dann auch Tore, über die man sich freut auf den Weg dahin. Bei den Gegentoren ist eigentlich immer als allererstes sofort dieser Mechanismus angeschaltet. Und woran lag es? Warum ist dieses Tor jetzt gefallen? Dass man das dann irgendwie auch mit analysiert. Bei Toren ist es ja immer ein bisschen leichter. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich freue mich über Tore und ärgere mich oftmals auch über sehr einfache Gegentore des HSV. Da schließe ich mich selbstverständlich an. Aber das könnt ihr ja beobachten, wenn wir bei der Auswärtscouch sitzen. Insofern, da werden wir ja tatsächlich beobachtet beim Gegentor. Da kann man dann mal erkennen, wie man sich ärgert. Dann lass uns weitermachen mit Instagram und auch gleich mit einer anschließenden Frage von FaberFacet. Sind die anderen Journalisten, die über den HSV berichten, HSV-Fans? Ein Teil, mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass sich normalerweise so eine gewisse Nähe stellt sich natürlich dann immer ein, wenn du das jahrelang machst. Aber da gibt es auch HSV-Fans, ja. Moritz Feil, allwöchentlich mit neuen Transferinformationen und Gerüchten. HSV soll an Ginczek dran sein. Wie ist euer Stand? Ja, das haben wir auch schon gehört, dass Ginczek einer der Namen sein soll, über die man sich hier Gedanken macht, wird vom HSV aber nicht bestätigt. Was hältst du von ihm? Also ist für die zweite Liga mit Sicherheit ein sehr guter Stürmer, allerdings auch relativ verletzungsanfällig. Aber ist so ein Stürmertyp, den der HSV jetzt so nicht hat. Also sehr robust, sehr körperlich. Torge Prinz. Spielt ihr FIFA auf PS4? Scholle. Hamburg Seriös. Gibt es schon Namen, die als Neuzugänge gehandelt werden? Nein. Keine offiziellen? Genau. Das kommt früh genug, glaubt mir. Da werden früh genug viel zu viele Namen genannt werden, aus denen dann am Ende einer vielleicht kommt. Endry FFM. Wann gewinnt der HSV wieder hoch? Wann gewinnt der HSV wieder hoch? Wollen wir erstmal hoffen, dass der HSV bald mal wieder gewinnt. Das wäre schon mal ganz wichtig. Sonntag zum Beispiel. Genau. Ich hoffe, dass der HSV Sonntag in Sandhausen gewinnt. Hochgewinnen. Also auch schwierig zu sagen. Dafür muss der HSV natürlich dann auch die Zeit dafür haben. Und dann bedeutet es, man muss relativ früh mit dem Tor die gegnerische Abwehr knacken. Oder vielleicht am besten noch mit dem zweiten, sodass die auch sagen, wir haben auch jetzt nicht noch lange Zeit, um zu warten, bis wir das erste Mal öffnen und angreifen. Richtig. Also ich glaube, ja, am ehesten sind da Spiele geeignet, wie zum Beispiel das Rückspiel gegen Nürnberg. Das würde sich doch super eignen dafür. Nürnberg hat durchaus den Anruf, Fußball zu spielen. Am 30. Januar. Und ich glaube, der HSV oder überhaupt so das gesamte Konstrukt HSV versus Nürnberg bietet genug Angriffsflächen, um dort so eine gewisse Brisanz mit reinzubringen, die das Spiel dann auch sehr, sehr, sehr spannend machen kann. Wer jetzt nicht genau weiß, wovon Scholle spricht, dem verlinken wir hier oben mal einen entsprechenden Blog von gestern. Genau. Von gestern, da wird diese ganze Nürnberg-Thematik und die Jatta-Thematik und der eventuell vorhandene sehr enge Draht zur Bildgruppe mal ein bisschen genauer. Generell einfach das, was Nürnberg gemacht hat in den letzten Wochen, das war schon sehr lesenswert. Sehr lesenswert einmal hier oben draufklicken. Ralf Lübbe. Ist Everton soweit, um uns zu helfen? Er ist im Kader gewesen und bleibt auch im Kader. Er trainiert voll mit. Also ich glaube schon. Marius Berenes. Wann sollte man nervös werden? Man sollte am besten nicht nervös, sondern man hat immer souverän alles im Blick und erkennt halt auch im richtigen Moment, was falsch läuft. Nervosität ist oft ein ganz guter Wahnfaktor, aber warnt auf jeden Fall vor Fehlern. Insofern sollte man immer dann, wenn es schlecht läuft, sollte man gucken, was dort falsch läuft. Und das gern ohne Nervosität, sondern mit Souveränität dann abstellen. That's it. Das ist es? Das ist es. Das ist ja gut. Das wäre überschaubar gewesen. Ich könnte dich noch fragen, wann Amici spielt und wie weit kein Zombie ist. Dafür haben wir jetzt den Everton. Wir haben Everton mit drin. Der Everton ist der neue Amici. Wir möchten euch nochmal aufrufen und herzlich dazu einladen, bei unserem Rautenperle-Hinrunden-Rückblick dabei zu sein. Schickt uns gerne euren Moment der Hinrunde an diese Nummer bei WhatsApp. Und das beste Video, den besten emotionalsten Kommentar, den laden wir herzlich zu uns ein, hier nächste Woche mit uns zu sitzen und mit uns im großen Rautenperle-Hinrunden-Rückblick zu debattieren. Und das kann alles sein. Es muss jetzt nicht irgendwie ein Tor sein, ein Sieg, eine Minute in einem Spiel, sondern es kann alles sein. Es kann auch der Moment sein, wo man zu Hause gerade auf der Couch jetzt Fußball guckt und von seiner Frau auf einmal den positiven Schwangerschaftstest vorgelegt bekommt oder der Geburtstag von irgendeinem wichtigen Menschen und ein toller Moment so, den man irgendwie mit dem HSV in Verbindung bringen kann. Schickt uns, was ihr habt und wir freuen uns über jede Einsendung und werden dann gucken, dass wir den schönsten Moment auch auswählen. In einer großen Jury, dafür haben wir sogar unser gesamtes Team dann am Ende. In der Tat. Damit wir da nicht jetzt zu einseitig entscheiden, weil solche Sachen sind ja auch immer ganz schwer zu unterscheiden, was ist jetzt schöner, was ist weniger schöner. Also insofern, ich tippe mal, eure schönsten Momente werden alle irgendwie schön sein. Kannst du deinen schönsten Moment schon pauschal sagen oder möchtest du den noch aufbewahren für nächste Woche? Nee, mein schönster Moment, ehrlich gesagt. Wir haben auch noch ein Spiel. Vielleicht ist er auch am Sonntag. Genau, da kommt noch was. Das Diekmeier-Tor gegen den HSV. Ja, das wäre auf jeden Fall der beachtenswerteste Moment wahrscheinlich der Fußballgeschichte, wenn Diekmeier irgendwann mal gegen den HSV treffen wird. Aber das habe ich ja mit ihm persönlich dann auch noch mal zu besprechen. Also insofern, schauen wir mal. Nein, ich habe jetzt so diesen Moment, vielleicht war es das Tor von Jatta natürlich, als er... Das ist das Erste, was er meintelt, oder? Das war auf jeden Fall das, wo dann das Stadion natürlich dann einfach von der Stimmung her ist. Aber das ist natürlich auch sehr plakativ. Es gab viele schöne Momente, muss ich ganz ehrlich sagen. Der schönste Moment war eigentlich für mich, als ich gemerkt habe am Anfang der Saison, dass dieses gesamte System Hacking beim HSV, so, dass das setzt, dass das... Fruchtet. Genau, das ist Fruchtet. Das ist jetzt so ein bisschen von ganz kleinen Teilen, aber dass es ein bisschen in Frage gestellt wird, ist schade. Aber wie gesagt, insgesamt glaube ich, dass da hat der HSV, hat sich da einen großen Gefallen getan, hat sich da wirklich das erste Mal so aufgestellt, dass man wirklich sagen kann, diese Saison hat man beste Chancen. Schöne Schlusswort. Ja. Scholle, vielen Dank für die Zeit. Ja, danke dir. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr an der Rautenperle Challenge teilnehmt. Wir freuen uns, wenn ihr uns Videos schickt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Wir sind eigentlich sehr leicht zufriedenzustellen, merke ich dabei. Ja, auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall freuen wir uns sehr drauf. Alles Gute, bis zur nächsten Woche. Haben wir schon gesagt, dass wir uns drauf freuen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuschaut. Darüber freuen wir uns auch noch. Wir freuen uns, wenn der HSV am Sonntag gewinnt. Genau. Wir freuen uns auf eine schöne Weihnachtsfeier. Ich freue mich auf einen schönen, einen schönen, warmen Tee jetzt gleich an meine Stimme. Wieder mal ein bisschen. Die ist schon wieder auf dem absteigenden Ast. Und ihr freut euch, wenn wir aufhören zu reden. Tschüss. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.